Und da sind wir wieder, hier ist der Nacht zu Nahmuck, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1916. Ausgabe. Ich freue mich ganz, dass ihr wieder mit dabei seid und wir bleiben musikalisch. Vor ein paar Tagen ja noch nach dem Tippisch-Mod-Konzert im Podcast, habt ihr ja gehört, da bin ich durch Zufall hineingeraten. Heute geht es um das bewusste Hören von Musik, welches nicht so zufällig stattfindet, sondern wenn man sich abends nach Gatana-Arbeit einfach hinsetzt und ein gutes Stück Musik genießen möchte, hat man ja zu Hause sehr viele Möglichkeiten. Wenn man aber so wie ich unterwegs ist, sehr häufig, und dann abends im Hotelzimmer noch ein bisschen Musik hören möchte, dann schränken sich die Möglichkeiten, die man so technisch hat, ein bisschen ein. Ich habe mir ein Gerät dafür gekauft, ich höre ganz gerne mal gute Musik, habe also einen hochauflösenden Musikspieler von Astell & Kern und einen sehr hochwertigen Kopfhörer der Firma Sennheiser. Und es ist so viel, ja es gibt mir so viel gute Musik zu hören, dass ich eigentlich euch dieses Setup empfehlen würde. Das kostet allerdings ein paar Mark mehr und ich habe nach einer günstigeren Möglichkeit gesucht, die ich euch vielleicht empfehlen kann, falls ihr eben Musikgenuss ganz hoch hängt. Deswegen habe ich die Firma Bayer Dynamik angeschrieben, habe gesagt, ja ich habe gelesen, von euch gibt es tolle neue Geräte, würdet ihr mir was zum Testen her schicken? Und das wurde dann prompt erledigt. Und ich bekomme dafür übrigens kein Geld und ich muss die Geräte auch alle wieder zurücksenden, was ich auch sehr gerne mache. Aber ich möchte euch die Gerätschaften vorstellen und sagen, dass man eben nicht unbedingt 3000 Euro ausgeben muss, sondern dass es für weit weniger geht. Und da Weihnachten auch noch vor der Tür steht, möchte ich gerne beschreiben, was ich hier zusammengesteckt habe. Wenn man unterwegs ist, hat man ja selten eine Stereoanlage einstecken, sondern im besten Fall sein iPhone oder sein anderes Smartphone oder ein iPad oder sein Computer, sein Laptop. Also so die typischen Gerätschaften, wenn man unterwegs ist und dazu vielleicht noch den Kopfhörer. Da sollte man sich zwar dann schon ein bisschen mehr überlegen, welchen man da einsteckt, aber vor mir liegen, um es kurz zu machen, ein Amiron Home, das ist der Kopfhörer und dazu gehört ein Digitalwandler Impacto, heißt das tolle Gerät. Was macht es? Wenn man einen Kopfhörer zum Beispiel ans iPad anschließt, das ist also mein jetziges Test-Setup, dann kann man das ja oben in den Kopfhöreranschluss reinstecken und dann ist man auf den Digital-Analog-Wandler von Apple angewiesen. Und ich kann euch sagen, er mag auf der Straße einigermaßen tauglich sein oder wenn man es nicht so genau nimmt, aber zum Musikgenuss taugt es leider nicht. Deswegen gibt es den Impacto. Das ist also ein kleines Gerät, auch ein Digital-Analog-Wandler. Den steckt man unten in den Datenanschluss des iPads rein. Man könnte das Ding aber auch in den Datenanschluss eines Android-Gerätes reinstecken oder aber auch in den USB-Anschluss eines Mac oder PC, weil in den Computern ist es genau das Gleiche. Da sind zwar auch Digital-Analog-Wandler drin, aber glaubt mir, die billigsten vom Billigen und die miesesten überhaupt. Deswegen hat man eben diese externen Adapter geschaffen und der Impacto ist ein Vertreter von diesen externen Wandlern. Der hat zusätzlich noch eine anklippbare Batterie. Die braucht man im Fall eines iOS-Gerätes immer. Bei Android-Geräten kann es sein, dass das Gerät diesen kleinen Adapter, der übrigens aussieht wie eine Kabelfernbedienung, die bei vielen Kopfhörern ja so im Kabel mit eingebaut sind, aussieht. Und der braucht eben entweder einen Batterie-Clipser oder eben auch nicht. Das hängt vom Gerät ab. Bei Apple-Geräten braucht es den Batterie-Clipser, aber grundsätzlich, da ist der verpflichtend, sonst funktioniert es gar nicht. Und wenn man dann einen solchen hochwertigen Wandler anschließt, wenn einem also zum guten Musikhören der Eingebaute nicht reicht, vor allen Dingen der Eingebaute unterstützt auch keine hochauflösende Musik, das ist ganz besonders wichtig, wenn man also Wert auf den ganz besonders riesigen Dynamikumfang legt, den eben die Studio-Qualität von Musikstücken nun mal mit sich bringt, dann sollte man immer mit einem externen Wandler arbeiten. In dem Fall durfte ich also den Impacto testen, der liegt jetzt ja auch vor mir. Und ich hoffe, dass ich jetzt die Lautstärke beibehalte, denn ich setze das gute Stück jetzt mal auf, also den Kopfhörer natürlich, an dem dieser Digitalwandler angeschlossen ist. Und es klingt schon, er klingt schon mal Musik, die werde ich mal kurz bremsen, damit ich mich hier auf den Podcast konzentrieren kann. Der Kopfhörer, Amiron Hohm, auch aus dem Hause Bayer Dynamik, ist ein sehr guter Kopfhörer im absolut bezahlbaren Bereich. Es hat nichts zu tun mit Modekopfhörern, die ihr so kennt. Beats-Kopfhörer beispielsweise oder es gibt so einen ganzen Sack voller Kopfhörer. Die sehen toll und stylisch aus, die sind extrem bassbetont, für moderne Musik allerbestens geeignet und sitzen allerdings nicht ganz so bequem. Das muss ich schon mal feststellen. Ich habe den Amiron schon ein bisschen länger auf dem Kopf heute gehabt. Er ist vom Anpressdruck genau ausbalanciert. Er drückt nicht zu doll, man kann ihn über Stunden tragen, aber er sitzt auch nicht zu locker, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, gleich fliegt er mir vom Kopf. Es ist ein Mikrofasergewebe, eine sehr schöne Polsterung. Es ist ein Metallgehäuse. Es ist also, bei einem Bayer Dynamik-Kopfhörer würde man wahrscheinlich auch gar nichts anderes erwarten, ein verstellbarer Bügel, aber ein extrem angenehmer Sitz. So möchte ich es vielleicht mal zusammenfassen. Er sitzt also hervorragend, aber wie klingt er denn nun? Vor allem im Zusammenspiel mit diesem kleinen Digital-Analog-Wandler Impacto. Viele Kopfhörer, und dazu gibt es ja schon Podcasts, und auch der, den ich sonst benutze, der HD800 von Sennheiser, sind sehr analytisch, also kristallklare Kopfhörer, die keinen Fehler verzeihen, die so exakt abbilden, dass man gleich hört, wenn in irgendeiner Reihe im Orchester einer einen Schnupfen hat. Wenn das zu übertrieben ist, kann das belastend sein. Und da hat Bayer Dynamik die Kurve sehr, sehr gut bekommen. Es ist also, in einem Wort gesagt, ein warmer Ton. Es ist aber keinesfalls so, dass es jetzt irgendein matschiger Ton ist, dass die Ränder verschwimmen. Das tun sie nicht. Es klingt schon sehr exakt, aber dennoch ist es Bayer Dynamik gelungen, dieses Ding so abzustimmen, dass man eben nicht wahnsinnig wird, weil es zu detailreich wird. Ich habe natürlich auch ein paar Tests von anderen gelesen, die sich mit diesem Kopfhörer auseinandergesetzt haben. Das könnt ihr natürlich im Internet alle auch nochmal selbst nachvollziehen. Der Amiron Hohm, der ist also in den Mitten sehr ausbalanciert, in den unteren, mittleren und höheren Mitten. Er ist auch bei den Bessen. Er geht zwar sehr tief runter, aber er nimmt sich dennoch ein bisschen zurück, wobei man, es ist nicht basslastig, das ganze Gegenteil davon, aber es sind auch nicht zu wenig Bässe. Es ist großartig ausbalanciert und das für einen Kopfhörer im mittleren Preissegment, das kann man also gar nicht anders sagen, dass das sehr gelungen ist. Dazu gibt es eine kleine Transporttasche, denn es ging mir ja vordergründig darum, ein Setup zu finden, wenn man auf Reisen ist, was man gut mitnehmen kann. Also ein Oberklasse-Kopfhörer zum Mittelklasse-Preis und dazu ein Digital-Analog-Wandler, den man bedenkenlos weiterempfehlen kann. Er ist so viel besser als die eingebauten Digital-Analog-Wandler in den Geräten, egal in welchem, es sei denn, ihr habt schon einen Hi-Res-Player, aber das habe ich jetzt mal ausgeschlossen. Dass das Ding eine anklebbare Batterie hat, da muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, man muss die halt auch zusätzlich aufladen und darf das nicht vergessen, sonst passiert gar nichts. Und eine LED zeigt euch auch noch an, wenn ihr wirklich Hi-Res-Klang-Material habt, also hochauflösende Audio-Dateien, die weit über CD-Qualität liegen. Das zeigt euch dann tatsächlich auch gleich noch die Fernbedienung an, dass entsprechendes Material gerade verarbeitet wird. Wenn ihr also noch ein Weihnachtsgeschenk für euch selbst sucht oder für jemanden, der guter Klang aus Kopfhörern wichtig ist, weil er auf Reisen einfach Musik genießen möchte, dann könnt ihr, wenn es nicht ein teures Setup aus Astell und Kern und dem HD 800 von Sennheiser sein soll, einfach das Gespann aus Amirom Home und dem Impacto Wandler jederzeit schenken oder euch zumindest dran beteiligen, weil geschenkt billig ist es natürlich immer noch nicht, aber sein Geld auf jeden Fall jeden Cent wert. Das war es für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, Hu. es ist das maintenance. ich glaube, das zu tee, und das понимаю,